Nun wohl jeder hat so seine Vorbilder. Ja, kann man wohl sagen. Hast du eigentlich auch ein Vorbild? Ja, da gibt es schon einige. Aber einer ist natürlich die absolute Nummer 1. Alles klar, ja. Schon mal gesehen, ja. Alles klar. Und wie schaust es bei dir aus? Gibt es da auch Vorbilder? Ja, verschiedene. Zwei vielleicht, die ich ganz besonders bewundere. Aufgrund ihrer Weisheit, ihrer Lebenserfahrung und auch ihrer Fähigkeit, die Dinge beim Namen zu nennen. Zu sagen, was Sache ist. Nicht umsonst sind die dafür weltberühmt. Zwei vielleicht. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020